Kein Skript, kein Plan. So einfach ist das und ich möchte dir gerne einmal zeigen, was ist überhaupt ein Sales-Skript, ein Verkaufsleitfaden und warum brauchst du überhaupt so ein solches Skript? Denn immer wieder höre ich von erfahrenen Verkäufern, dass sie ja alles aus dem Bauch gefühlt können. Sie haben so viel Erfahrung, dass sie gar kein Skript mehr brauchen und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Fehler. Warum das so ist, genau das besprechen wir in diesem Kurs. Und wir besprechen auch, wie du durch dieses Sales-Skript, wenn es denn perfekt gemacht ist, planbar Umsatz schreibst, mehr Kunden gewinnst und deine Kunden am Ende sogar auch noch zufriedener sind. Lass uns zunächst einmal klären, was ist denn überhaupt ein Sales-Skript? Ein Sales-Skript ist ein Verkaufsleitfaden, ein Gesprächsleitfaden, ein Dokument, das du verwenden kannst, um Punkt für Punkt deinen Kunden durch das Gespräch zu führen. Und das ist unabhängig davon, ob das ein Verkaufsgespräch, ein Beratungsgespräch oder ein Service-Call ist, wo dein Kunde vielleicht sogar was von dir möchte. Also wenn ein Kunde dich anruft oder aber du den Kunden, Outbound-Gespräche, du den Kunden dann anrufst, wenn du zum Beispiel Akquise betreibst oder aber Termine legst. Und ein gutes Sales-Skript hat immer ein paar Elemente, aus denen das besteht und die schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist zum einen einmal die Einleitung, dann ist es die Bedarfsanalyse, das heißt die Kennenlernphase, damit du deinen Kunden besser kennenlernen kannst. Dann ist es die Angebotspräsentation, die Einwandbehandlung, Abschlussstrategien, also Closing im Prinzip und Follow-up-Kampagnen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist eine schlechte Idee, kein Skript zu haben. Auch dann, wenn du sehr, sehr erfahren bist im Verkauf, am Telefon oder auch Face-to-Face bei der Terminierung. Egal, was du auch machst, es ist immer ratsam, ein Sales-Skript zu verwenden. Und warum das so ist und warum ich wirklich ein Verfechter bin von Sales-Skripten, egal in welcher Form. Wir schauen uns auch gleich die verschiedenen Formen an, die es gibt, weil du kannst ein Sales-Skript entweder komplett einmal runterschreiben oder auch nur Stichpunkte machen, da gibt es verschiedene Formate. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber zunächst mal die Frage, warum solltest du ein solches Sales-Skript denn überhaupt verwenden? Punkt 1 ist Konsistenz. Also wenn du ein Skript verwendest, dann stellst du sicher, dass du in jedem Gespräch die gleichbleibend hohe Qualität und auch Professionalität lieferst, die du brauchst. Und mit anderen Worten, du vergisst dann bestimmte Dinge auch einfach mal nicht. Es gibt immer wieder mal Kunden, die bringen einen so ein bisschen aus dem Konzept, die haben vielleicht mal eine, ja, vielleicht nicht alltägliche Frage. Und dann kann es dir passieren, dass du deinen roten Faden verlierst, weil du auch nicht immer gleich gut drauf bist. Und ein Sales-Skript hilft dir dann dabei, konsistent zu bleiben und immer die gleichbleibende Qualität zu liefern und auch zurück ins Gespräch zu finden, wenn dich ein Kunde mal vielleicht ein bisschen abgelenkt hat. Punkt 2 ist Effizienz. Also ein Skript spart dir nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Geld. Es hilft dir nämlich schneller zum Punkt des Gesprächs zu kommen. Also du wirst ja keine langweiligen Monologe oder Umwege machen und du kannst dein Gespräch besser strukturieren und zielgerichteter führen. Wenn du in einem Skript ein paar Punkte hast, die du ein nach dem anderen abarbeitest, dann bist du dadurch effektiver. Das heißt, du bist schneller durch das Gespräch durch. Das spart dir und deinem Kunden Zeit und du kannst dann mehr Verkaufsgespräche führen, die zielgerichteter sind. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil mehr Gespräche, die zielgerichteter sind, bedeutet auch gleichzeitig, du ahnst es, mehr Kunden. Selbstvertrauen und Sicherheit. Wenn du nämlich weißt, was du sagen sollst, dann wirst du viel, viel sicherer auf Einwände reagieren. Dein Selbstvertrauen, das ist ansteckend. Deine Überzeugungskraft ist viel, viel besser, weil du dann deinen Kunden mit an die Hand nimmst. Dein Kunde sieht dann, wow, der ist super, er oder sie ist souverän unterwegs und hat zumindest auch einen Plan von dem, was er oder sie da sagt. Und das schafft wirkliches Vertrauen, weil wenn du rumeierst und weißt nicht genau, was du tun sollst oder wenn ein Einwand kommt und du reagierst da nicht passend drauf oder hast vielleicht auch keine Antwort darauf, dann merkt dein Kunde das nicht nur, sondern das ist bei dir auch das Gefühl dann von Unsicherheit. Die nimmst du wieder mit ins nächste Gespräch und das sorgt dafür, dass du irgendwann am Ende des Tages vielleicht nicht mehr an deinen Erfolg glaubst, weil du der Meinung bist, du hast vielleicht auf die Einwände des Kunden keine Antwort, du bist dem nicht gewachsen und das führt dann langfristig dazu, bei manchen geht es auch schneller, das ist nicht langfristig, sondern kurzfristig, dass du vielleicht die Lust am Telefonieren oder am Verkaufen verlierst. Und das sollte natürlich nicht passieren. Deswegen ist das so ein Leitfaden für dich, wie so eine Leitplanke, an der du dich langhangeln kannst. Und am Anfang gibt dir das wirklich die nötige Sicherheit und auch später gibt es dir Sicherheit, dass du immer weißt, an welchem Punkt des Gesprächs du bist. Deswegen allein dadurch hast du schon mehr Selbstvertrauen und mehr Sicherheit. Und das ist schon einer der Hauptgründe, warum du überhaupt ein Sales Script haben solltest. Punkt vier ist klare Kommunikation. Wenn du nämlich ein durchdachtes Skript hast, dann hilft es dir, deine Punkte, dein Angebot ganz klar und deutlich zu formulieren. Du kannst dann komplexere Informationen, zum Beispiel auch mal erklärungsbedürftige Produkte oder auch eine hochpreisige Dienstleistung viel, viel einfacher erklären. Und wir machen gleich weiter mit Punkt fünf. Du bist natürlich sehr, sehr viel besser vorbereitet. Wenn Einwände kommen zum Beispiel, kannst du souverän darauf reagieren. Hatten wir gerade schon. Und ein Sales Script gibt dir Werkzeuge an die Hand, damit du deinen Gesprächspartner viel, viel besser überzeugen kannst als ohne Skript. Und einen der wichtigsten Punkte, den besprechen wir jetzt gleich noch, wenn du kein Sales Script hast, angenommen, du bist schon sehr gut unterwegs, du bist tiptop, schreibst planbaren Umsatz, gewinnst Neukunden, einen nach dem anderen. Und das läuft jeden Tag ähnlich bei dir. Und dann bist du irgendwann an einem Punkt, an dem du dein Wissen weitergeben möchtest. Wenn du jetzt nichts hast, außer deinen Worten, dann müssen die anderen ja mitschreiben. Das heißt, du sagst denen dann, was sie aufschreiben sollen. Das kann man machen, ja. Was dann dabei rauskommt, was die dann aufschreiben, ist eine andere Sache. Besser ist es spätestens dann, dass du sagst, okay, was genau in meinem Gespräch funktioniert denn eigentlich gut und was funktioniert nicht gut. Du kannst nur dann skalieren, lernen und wachsen, wenn du ja irgendwann mal festgestellt hast, was gut und was schlecht läuft. Und deswegen brauchst du ein Sales Script, damit du lernen und anpassen kannst, weil du in jedem Gespräch was Neues dazu lernst. Du kannst erkennen, was funktioniert, was nicht und du kannst es kontinuierlich anpassen, optimieren. Je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast mit deinen Kunden, kannst du die dann an deine neuen Kollegen, Kolleginnen oder deine Coaches oder deine Kursteilnehmer. Vielleicht bist du später als Coach, Trainer oder was auch immer unterwegs, kannst du das weitergeben. Ein weiterer Punkt, warum du ein Sales Script haben solltest, ist die Messbarkeit. Wenn du ein standardisiertes Skript hast, dann macht es dir einfacher, dass du deine Ergebnisse messen kannst. Du kannst sie besser analysieren, du kannst spezifische Veränderungen vornehmen und dann kannst du genau beobachten, wie sich diese Veränderungen auf deine Verkaufszahlen auswirken. Und wir haben uns in der Theorie schon so sehr viele tolle Sachen ausgedacht und haben dann am Telefon die Dinge ausprobiert und entweder haben die sensationell gut funktioniert oder manchmal haben sie auch überhaupt nicht funktioniert. Hörten sich aber im ersten Moment theoretisch sehr gut an. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn du vielleicht dir in der Theorie was ausdenkst. Das findet manchmal auf dem Pausenhof statt oder irgendwo im Raucheraum oder was auch immer, dass sich Mitarbeiter Ideen ausdenken. Oh ja, das ist cool, das probiere ich mal aus. Dann testen die das. Entweder funktioniert es sehr gut, sie haben es nicht aufgeschrieben, dann geht es vielleicht wieder verloren. Oder aber sie haben es einfach so ausprobiert, es hat nicht funktioniert, hört es sich aber gut an. Und alle machen das nach, weil es sich eben im ersten Moment gut anfühlt. Und keiner kann es messen, weil es ist dann, ja, es ist ein Teil des Gesprächs, aber keiner weiß, warum es auf einmal nicht mehr läuft. Und das kann den Vertrieb killen. Also wenn du nicht genau weißt, an welchem Punkt des Gesprächs dein Kunde aussteigt, dann kannst du es ja schlecht messen. Und deswegen ist ein Sales Script so sehr wichtig. So, wir haben jetzt also ein paar Dinge mal geklärt, warum du ein Sales Script verwenden solltest. Es geht wirklich nicht darum, dass du dir sagst, Mensch, ich bin so gut, dass ich keins mehr brauche. Selbst ich verwende ein Sales Script. Mein gesamter Vertrieb verwendet ein Sales Script. Und wir alle schauen genau zu jedem Punkt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was funktioniert bei welchen Zielgruppen auch gut. Tauschen uns da aus. Bei Coaches, Beratern funktioniert was anderes besser als bei DAX-Konzernen, wenn ich jetzt mit dem CEO spreche. Auch dann mache ich mir zumindest Notizen, zumindest eine Bullet-Point-Liste. Da sind wir beim Thema Format. Wie gesagt, das sprechen wir später nochmal durch. Aber wichtig ist, erkenne, dass ein Sales Script, ein Verkaufsladen, Gesprächsleitfaden, wie auch immer du das nennen möchtest, ein wirklich mächtiges Werkzeug ist. Es ist wirklich machtvoll aus den besagten Gründen. Solltest du unbedingt dir ein gutes Sales Script erstellen, wie das funktioniert, das zeige ich dir ja hier. Ein Hinweis vielleicht noch zum Ende. Achte drauf, egal wie das Sales Script jetzt geschrieben ist. Manchmal, vielleicht schreibst du eins für mehrere Leute. Dann ist es besser, wenn nicht alle das einfach stumpf und starr runterlesen, weil du vielleicht andere Worte verwendest als jemand anders. Das sollte natürlich alles authentisch bleiben. Authentizität, schwieriges Wort, ist tatsächlich einer der Grundpfeiler im Verkauf. Und wenn du die Worte eines anderen einfach runterliest, weil sie bei dem gut funktionieren, dann kann das dazu führen, dass das bei dir nicht mehr funktioniert, weil du nicht authentisch rüberkommst. Dein Kunde hört das und nichts ist schlimmer, als wenn das so irgendwie abgelesen ist. Das kennst du vielleicht, vielleicht hast du auch schon mal so einen Call bekommen von einem Callcenter oder irgendwie einem Anbieter, der dir ein Handy verkaufen wollte, was auch immer. Und dann hörst du am anderen Ende, dass jemand da so einen Text runterliest. Also das ist sehr unscharmant. Also das sollte schon so sein, dass es nach dir klingt, dass es authentisch ist, dass es überzeugend ist. Und wenn du dann einzelne Worte vielleicht nicht gut findest, dann ändere diese Worte in Abstimmung auch einmal ab, damit es deine eigenen Worte sind. Das soll ein Leitfaden sein und kein starres Gerüst. Okay, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis gleich, dein Uwe.